allöchen zusammen willkommen zurück so alles klar auf geht's wir machen natürlich weiter ich guck mal kurz ob ein bisschen was gebraten wurde ich spüre wie meine stärke zunimmt ja alles klar so wenn man das da und erster sauber haben wir da schon was ok alles klar dann lass uns mal weitermachen ich will mal kurz hier gucken wie es mäßig steigend arbeitsstunden wird ich glaube du willst nie arbeiten er ist leicht steigend leicht steigend warum sind die leicht steigend weil die jetzt das leid abnehmen ok also zeitplan balance ist plus plus zeit plus plus wohnungspunkte darfstunden ist nur plus ok gut wir wollten uns um flachs kümmern also wir brauchen noch mal ordentlich seile da gucken wir jetzt noch mal will ich hier noch mal irgendwie was finden einlagern ohne warte mal das will ich ja nicht einlagern dann machen wir gleich mal welche draus oh ja guck mal man muss immer fünf stöcke mit bei 15 so viel kann ich wahrscheinlich gar nicht tragen ganz knapp ganz knapp dass da rein und das stückchen noch zack wunderbar ach wir brauchen ja jetzt eine holzhacke immer gespannt ich glaube du kannst aber ohne seile auch nichts mehr machen wird immer schwieriger die gartenhacke müssen wir mal herstellen und zwar dass da auch aus seilen und stöcker ok warte mal wir machen mal aufgabe der gartenhacke kannst du nicht mehr machen du brauchst dringend seile das ist eigentlich hier was fehlt denn hier eigentlich noch für noch mal seile ok also ja ok moment dann lass uns mal kurz überlegen und zwar so eine hartenhacke die kann ich die kann ich hier gleich drin machen gehen noch mal stöcker mitnehmen das reicht glaube ich dass ich jetzt mal kurz da guck dass ich was anpflanze oder ob ich es anpflanzen kann aber ich denke doch schon also was die arbeiter machen können kann ich doch auch machen erstellen und zwar die gartenhacke wunderbar ja der ist ordentlich am rumschleppen du machst schon das nächste aus naja ist schön so bestellen ok 50 ok dann machen wir jetzt mal dann werde ich mich jetzt mal kurz darum kümmern das dauert aber den brauche ich nicht in der brauche schwirren sturm kommt wieder ein stürmchen muss gefühlt werden die dabei und jetzt die ausrüsten samen nutzen mal der ist da unten reingesetzt die köder oder samen cool jetzt braucht der wasser noch mehr wasser und kompost habe ich gerade nicht schauen wir mal ob das funktioniert ok aber wenn es doch gegnet könnte das doch eventuell dieselbe wässern oder mal gucken wir bestellen jetzt einfach mal ordentlich flachs ok flachsat habe ich aber irgendwo noch dann mache ich das jetzt erst mal selbst dann bin ich jetzt erst mal der erstelle der bauer lachs mal flachsat haben da haben wir auch noch mal flachsat haben ah guck mal hier ja das bewässert sich wenn es regnet bewässert es sich das ist gut ok ausrüsten habe ich nicht beide doch da auf flachsam bestellen ey cool ne erste flachs fällt hier zack bin mal gespannt wie lange das dauert bis das fertig ist kein kompost im inventar genau wachstum ein prozent ok ich glaube das dauert gar nicht so lange aber es wäre schon nicht schlecht wenn wir da so ein ganzes feld mal gucken was für ein flachs denn rauskriegen bei einem 4x4 feld und da noch mal schön 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 es wird doch noch mal flachs in landwirtschaft stufe 2 levelaufstieg also mich würde es auch interessieren weißt du wenn die kein wasser kriegen ob sie trotzdem wachsen aber ich vermute vielleicht ja kann aber auch sein dass es austrocknet wenn sie wachsen ohne wasser und ohne dünger bestimmt nur halt länger mit dünger natürlich umso besser ohne wasser gibt zwei varianten sie wachsen langsamer oder sie vertrocknen und sie wachsen gar nicht so wie macht man denn hier eigentlich kompost lebensmittellager und dann haben wir das doch mal ein wasser trichter hier kommen was so was aufgaben zuweisen ja gut da ist es ja kein erst noch mal was dieses gebäude leidet aufgrund erhöhter feuchtigkeit ok wohnungspunkte minus 8 holzfelle hütte sammlerhütte plus 8 legehütte plus 10 bergur bauernhof häuschen oh guck mal häuschen basis plus 50 redbett kleine feuerstelle ah weil die werkgrube in der nähe ist das ist ja auch interessant also wenn du da diese sind die arbeitsstätten in der nähe hast geben die nummer minuspunkte okay das ist ja natürlich natürlich interessant das ist ja geil das ist natürlich auch interessant die werkgrube ist in der nähe von dem haus und schon kriegen die minuspunkte krass ok das ist ja mal hammer habe ich mal kurz hier rein hallo kopf hier ein bisschen durch seit ganz nass ist so wirklich toll ist es hier nicht drin war ihr seid ja ganz nass auch möbel lebensmittelregal kleiner regal wackeliger tisch weißt du Gott wie soll denn das ach du heiliger Strohsack passt doch hier gar nicht rein ja doch da ne was haben wir noch redbett das haben wir drinnen kleines regal lebensmittelregal mhm ja mhm brauchen wir jetzt aber hier nicht ne kleiner lupin garten selbst nordmänner verdienen ein klecks farbe in ihren dörfern aha großer garten so sind so zu ziergärten war aha aha okay mhm gut also müssen wir gucken dass wir die natürlich ja ein bisschen hier ist bauen schwache fackel die haben wir noch gar nicht gebaut ne okay mitten die ganzen marken äh aus des oberhauptes ich hab keine ahnung ne wir machen jetzt aber erstmal die anderen häuser fertig ne machen definitiv erstmal die anderen häuser fertig bevor wir da jetzt eher was noch weiteres beginnen es regnet wieder es ist ein wachstum von 9% kompost habe ich jetzt auch gerade keine ahnung aber wir haben den bauernhof hergestellt was können wir noch neues machen haben wir hier noch irgendwas neues was ist das ne wohnen regenspeicher feuerstelle das ist das alte was wir alles kennen grabenaltar heilerhütte ein ort an dem verwunderte wikinger sich von einem heiler versorgen lassen können hier werden verschiedene räuchermittel und heilerkräuter verwendet ja wäre auch dorfbewohner versammeln sich hier um geschichten zu erzählen stellt rahmenschädel her mit denen asker zur rahmengestalt wechseln kann aha okay böhneingang sammlerhütte fischerhaus siegehütte naja um das zu machen müsste ich einen schreiner bauen da bräuchten wir jetzt erstmal eine werkstatt wollen wir mal noch mal ne ne warte werkstatt stellt her materiale werkzeuge kleidung rüstung waffen hat platz für drei arbeiter mhm kleidung kleidung hört sich gut an ich weiß ja nicht wann der winter hier eintritt ich glaube ich werde mal hier die werkgrube mal zur werkstatt ausbauen einmal anpinnen wochen wir denn da nicht viel oder vier stöcke langer stock und vier rinde ist die keine seile nichts also das mal mit das mal mit und das mit doch müsste das sein kann ich mir aber nicht vorstellen da unten ich weiß nicht was dieses und achtet der podest ist das möbelstück der tisch ist ja ich habe mich verguckt so wir brauchen noch mal ja ja ok nehmen wir den schlitten mit schlitten wo bist du du bist da aufsetzen damit ich mal mit aber ich glaube große balken hast du nicht drinnen große balken hat definitiv nicht drin aber bei den einlagern dann brauchen wir noch mal drei vier stöcker drei noch mal acht rinde gucken wir mal davon genug mit kriegen können so acht rinde vier steine das war hier ja voll das ding ist leer schade okay ja gut brauche ich auch gerade ganz viele große steine halt erst mal gucken was zu essen da ist ja perfekt hat aufgereicht für mich da hocken sie wieder wie die wieder auf der stange wie die hühner auf der stange da machen wir mal eine werkstatt weiter und da rein so vier steine vier stämme der sechs steine und vier stämme heute unten da ist na jetzt aufsitzen hier ist hier ist flax aber hier sammelt er nicht okay hier sammelt er nicht aber hier sammle ich mal geschwind soo da 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 stämme stämme brauchen wir vier stämme super und zack bambam 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 beide sind halt mangelware aber dafür haben wir jetzt erst mal unseren unser flachs und unser flachshof ne klingt jetzt schon wieder so dann fällen wir die nochmal warum hat er bei 23 prozent aufgehört vielleicht kein hammer mehr stimmt ich glaube ein hammer ey ihr klaut mir das vom schlechten ich glaube ich muss noch mal einen hammer herstellen lassen so viel platz habe ich da nicht da im lager ne ein wahnsinn ja einfach mal aufwerten hier hallo ich lage ein und du mobs es mir oder was packt das wenigstens richtig rein ja wir müssen dir einen hammer machen lassen warte lass doch das ding offen kurz bin doch auch noch hier so hier warte mal aufgabe kuh hab ganz vergessen ähm ein hammer so hier so stellen mal her nochmal kleine stücke aber hier das nehmen wir mal mit die rinde die rinde äh genau stellen wir einen hammer her damit der hier weiter bauen kann weil ich glaube bei ihm ist der hammer einfach kaputt aber ja du schmeißt auch gerade bei meiner werkstatt rein in Ordnung oh man boah Niesattacke hier ey ok ok ja tatsächlich äh die stemme da reingeworfen auch nicht schlecht rinde gib mal her gib mal her die rinde ja jetzt fehlt da oben eigentlich noch stein da ist nochmal die rinde ne die rinde will ich einsammeln genau so stein ach guck mal mach ich doch mal da den steinbrocken so steinhaufen machen doch nicht unter pause oder ich glaube 14 uhr so ach guck mal da sind mal Lachs mit ähm ja den mal kurz aufsetzen ähm äh das ist schon wieder durstig ja ah dass man hier nicht einfach öffnen kann während man den Karren in der Hand hat so nein alter Knopf zack den da rein mitnehmen oh für die Werkstatt fehlen nur noch zwei Stück so mach es mal bitte auf ouch hallo hat der Mösch da einfach mal eben sitzen lassen aber dir ist schon klar dass ich eigentlich mithelfe oder so guck mal klicken ist viel einfacher okay lass das Tor offen was wird zu ne also klar also klar noch du dir zu machst so so nehmen einschmeißen nehmen äh Mensch ja Mensch hallo so und zack bauen wir das Teil jetzt mal dann hat es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen größeres Lager jawohl 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 Lager öffnen ja guck sich das doch mal eine an naja naja achst okay naja schön 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 okay so wie ist das hier ganz viele Seile ganz viele Seile hier dann lass uns das doch mal hier die Baumrinde mal eben kaputt machen ja guck mal dann können wir nämlich mal ein bisschen die Seile hier stopfen einmal hier so einmal da fertig das ist fertig und 10 Seile warte mal ah da fehlt noch mehr aha schmeißen wir hm schmeißen wir hier mal rein und dann nehmen wir hier mal oh ja okay gut machen wir jetzt die Häuser fertig damit die nächsten einziehen können damit es denen auch ein bisschen wohlergehender ist boah aber noch jede Menge große Steine hau hau okay meine Lieben das war es nochmal für heute ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Bauen Tschüss das war es es üss